Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin's wieder, Jesse, und willkommen zum Starter-Bild vom Totenbeschwerer zu Season 22. Und das Ganze ist natürlich eine Modifikation bzw. eine Anpassung des Zahnarzt-Bildes. Ja, der Name ist schon mal richtig Programm, es spiegelt sich so ähnlich wie so ein Multischuss-Demon-Hunter, nur mit dem Unterschied, dass wir hier Zähne werfen. Also für alle unter euch, die nicht, Achtung, zahnlos in die nächste Season starten möchten, ist das auf jeden Fall mal die richtige Skillung. Wir haben natürlich ein paar Anpassungen vorgenommen, es gibt ja auch ein neues Legendary, das ist in Armschienen, wo der Damage multiplikativ nochmal, ich glaube es waren jetzt final so 300-400% erhöht wurde, heißt also die Skillung eignet sich perfekt. Wir spielen hier ohne Paragon, ohne Gems und das in den jeweiligen Rifts, also das ist schon mal auch von der Power her sehr, sehr gut. Von den Items, die wir benötigen, also natürlich der Knochensperr mit Zähne, daher auch der Name des Builds. Im besten Build baut ihr das Ganze um, also das ist jetzt wirklich zum Starten und zum Speedfarmen und vielleicht so bis in die 90er Richtung, alles über 90 bis 140 spielt ihr dann mit einer leicht modifizierten Skillung, die schauen wir uns aber nochmal im Detail an. Ansonsten Verschlingen dabei, Gebrechlichkeit, natürlich alles mit den Auren für möglichst viel Bequemlichkeit beim Spielen. In die Simus haben wir natürlich den Einzelgänger, Knochengefängnis letzter Dienst als die passiven Talente, damit wir ein Abtalent dabei haben, weil Zähigkeit ist natürlich, ihr kennt es eh, am Anfang der Season immer ein bisschen kritisch, da muss man ja mal etwas genauer hinschauen und dann haben wir hier noch das Knochengefängnis, hier wäre vielleicht sogar möglich, noch auf Zahnbewehrt oder so umzustellen, je nachdem, was euch hier lieber gefällt. Sollten es irgendwelche Probleme von der Zähigkeit oder so geben, könnt ihr natürlich bei Verschlingen die Aura rausnehmen und eine andere Rune. Jetzt seht ihr schon eines der Season 22 Themen, das ist hier mal kein nice Würfel, das heißt wir haben einen vierten Meter Slot ready, können also noch unbedingt was dazunehmen. Wir haben auf der einen Seite erstmal die Waffe für maximalen Damage, die Brustplatte, falls es Ressourcenprobleme gibt, wenn es diese nicht mehr geben sollte, kann man gerne auf Nemesis wechseln für mehr Elite. Dann haben wir den Prunkring drinnen, der ist ganz wichtig, weil wir haben ja Speed Schuhe, also wir haben kein vollständiges Set, sondern wir nutzen auch die Schuhe und dann noch zusätzlich den Schattenhaken wegen dem extrem hohen Essenzpool, den wir hier nutzen. Sensor des Kreislaufs ist dann die Waffe, also ihr seht, wir spielen schon wieder, das ist auch klasse für den Negros, so ein Drei-Waffen-Setup für maximalen Damage, die Armschienen für sehr, sehr guten Speed und dazu dann eine halbwegs vernünftige Offhand. Man muss jetzt dazu sagen, wir haben einfach irgendeine Offhand genommen, Hauptsache die Stats passen. Das Set selbst ist noch vollständig, als die Ringe-Zusammenkunft der Elemente, dann natürlich ist noch ganz wichtig die Halskette, die abgewandelte Spukversion, damit unsere Simus bestehen bleiben und dann natürlich noch den Urteilsring für zusätzlich einen kleinen Damage-Boost. Die Armschienen, wie schon gesagt, die sind neu, die haben hier noch ein bisschen mehr Damage, ich glaube, die hatten es genervt auf maximal 400 statt 500%, aber das Ganze lässt sich trotzdem ohne Probleme spielen und es sollten auch soweit keine Hindernisse kommen. Ihr habt es eh gesehen, jetzt hier im 70er, wir werden da nochmal rein switchen, aber auch im Verhältnis dann 90 und so weiter ist das kein Thema mehr. Es wird erst dann schwierig, wenn, weil ihr habt es gesehen, wir haben keinen sogenannten Generator drin. Das bedeutet also, wenn ihr es nicht mehr schaffen solltet, die Gegner rechtzeitig oder schnell genug zu töten, dass ihr praktisch aus den Leichen Ressourcen generiert, dann wird es Zeit, einen Generator reinzunehmen oder eben die Skillung auf dem besten Build zu wechseln. Das ist dann eben mit Generator mit ein paar geswitchten Items und Runen, um das dann dort weiterzuspielen. Aber in diesen Speed-Varianten bedeutet also kein Generator, es wird einfach alles niedergemäht, was irgendwie im Sichtfeld ist und über die Leichen durch das Verschlingen generiert ihr die Ressourcen und dann geht das alles ohne Probleme. Es wird eher dann knackig, wenn eben der Rift-Guardian kommt und der Rift-Guardian vielleicht in dieser Rotation, bis die Ressourcen wechseln, nicht tot ist. Aber das Problem hatten wir jetzt hier natürlich nicht, weil ihr müsst immer noch bedenken, es ist jetzt eben ohne Paragon mit sehr schlechten Gear, ohne Games und ihr habt ja noch eine zusätzliche Waffe drin. Also ich glaube wahrscheinlich kann man das sogar mit 800 Paragon dann bis 90 oder besser gesagt sogar bis 100 hochspielen und kommt immer noch in drei Minuten durch den Rift. Hängt auch ein bisschen am Rift-Design ab. Ja, je offener die Fläche ist, umso besser ist das für uns und außerdem in der Season haben wir zusätzlich noch die Schattenklone, dann ist die Sache eh mehr oder weniger clear. Ja Freunde, das war's. Das war jetzt kurz knapp knackig, also Negro kriegt auf jeden Fall mal ein Go, weil die Ratma-1s zum XP-Farmen werden sowieso am Start sein und im Solo, der Zahnarzt, der experimentelle Zahnarzt im Solo, der lässt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen. Also ihr habt viel Zähigkeit, ihr müsst zwar auf die Positionierung achten, aber da solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick riskieren und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.